Hallo, jetzt kommt eine neue Folge von Lego Piles of the Caribbean, Folge 22. So, wo ist jetzt der Rettungsring? Ah! So, wo ist das? 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 Okay. Hmm. Huh. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Das war's für heute. Ah! 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 Whoa! Ah! Whoa! Ah! 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 Smile. I do. No one gets me. I do. I do. Ah! 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 Das war's für heute. 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 All right! Hey! 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 Das war's für heute. Hey! 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 So, im nächsten Part geht es weiter mit. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.